So Leute, jetzt gibt es 50 Geheime Dinge in Minecraft, die du nicht glauben wirst. Das Video ist von Flash, schaut gerne mal bei ihm vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und let's go! Minecraft trägt unzählige Geheimnisse mit sich herum und wir gehen heute einfach mal 50 Geheimnisse in Minecraft auf die Spur. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ist eine Sache, die ihr euch schon immer gefragt habt in Minecraft, die für euch absolut mysteriös ist. Für mich ist es, dass das tatsächlich eine... Woher kommt der Enderman? Wer ist das? Woher immer wieder ein blaues Schaft zu einem roten machen wird und ich habe keine Ahnung warum. Für mehr von solchen Videos einfach ein Abo da lassen, das für euch nur ein Klick. Habe ich natürlich schon gemacht. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Das hier ist die Minecraft Border. Sie existiert tatsächlich bei der Koordinatengrenze 30 Millionen. Und wenn ich versuche hier durchzulaufen, dann funktioniert das oftmals nicht, beziehungsweise... Hä, warte mal, ich dachte es gibt dann die Farlands oder so. Sollte nicht funktionieren. Doch, das stimmt nicht. Denn es gibt eine Möglichkeit für uns, durch diese Grenze hindurch zu kommen. Und das nicht nur in Minecraft Creative, sondern auch in Minecraft Survival, ganz normal. Und zwar müssen wir genau den richtigen Winkel mit unserem Boot ansteuern, um dann mit einem Ausstiegverfahren genau hier hinter zu landen. Und das jetzt First Strike knapp, das ist natürlich komisch. Problem ist bloß, im Survival werden wir dann relativ rasch merken, dass wir Schaden bekommen. Und hier geht das noch. Aber je weiter ich weggehe, desto mehr Schaden bekomme ich einfach. Und abbauen kann ich auch nichts. Also, es ist wie... Hä, aber warum gibt es denn da eine Border? War es nicht auch so, dass Minecraft immer damit geworben hat? So, yo, Alter, die krassesten Welt, riesig, unendliche Welten. Wäre ich irgendwie nicht anwesend im Spiel. Aber es geht. Wer auch immer sich die Mühe machen möchte, 30 Millionen Blöcke zu gehen, also viel Spaß. Das gab es doch mal. Wenn wir einen Villager nehmen und diesen unsichtbar machen, ist er ja für uns jetzt nicht mehr ersichtlich. Er ist einfach weg. Okay. Wir sehen nur noch die Partikel irgendwo oder hier so eine, ja, genau, grünen Dinger hier eben. Und das Krasse ist ja auch bei uns, wir sind dann ja auch eigentlich unsichtbar. Sollten wir zumindest sein. Doch das stimmt nicht ganz. Wenn wir uns nämlich jetzt einfach mal Zombies heraussuchen und diese mal platzieren, und die werden dennoch versuchen natürlich diesen Villager zu jagen und werden ihn auch immer finden, als wenn er nicht unsichtbar wäre. Finde ich ein bisschen doof, aber, naja, und selbst mich. Ja, die riechen den. Zombies, die haben unglaublich gute Nasen. Ja, ja, das ist so. Die wollen ja Menschenfleisch. Werden sie trotzdem angreifen können und sehen können. Ja, ich muss bloß nah genug dran sein. Er wird mir trotzdem angreifen können. Ja, ja, guck, wegen dem Riechen. Was ich so finde, weil wozu habe ich sonst hier meinen Unsichtbarkeitstrank? Ich meine, in Survival, er muss doch irgendwas bringen, oder? Fragt mich nicht, wie ich das da rausgefunden habe, aber völlig egal, was wir für einen Baby-Mob theoretisch töten. Wir werden keine Erfahrungspunkte bekommen. Weder von einer Kuh, noch vor einem Mündchen. Finde ich gut. Es ist alles nicht möglich. Also, wir bekommen nichts drauf. Auch ein Fuchs nicht. Junge, wie schnell ist das? Muss ich sagen, finde ich gut. Allein schon sozusagen so das Erste, was ich mir gedacht habe, warum sie das gemacht haben. Einfach so als, yo, mach halt nicht so ein armes kleines Babyschwein weg. Oder sie haben halt gesagt, okay, nur erwachsene Tiere geben Erfahrungspunkte, Punkt. Selbst von einem Minifährt bekommen wir auch nichts raus. Also, keine Ahnung, woran das liegt. Aber, es gibt ein, ich rede jetzt rein von positiven Mobs, also harmlosen Mobs. Warum auch immer, es gibt ein Mob, wo wir tatsächlich XP bekommen. Und das sind tatsächlich Kaulquappen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es macht absolut keinen Sinn. Denn da können wir nämlich XP bekommen. Völlig random, völlig komisch. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Und es ist traurig, dass ich das herausgefunden habe. Aber es funktioniert. Ja, und zwar, weil die ja erst letztens ins Spiel reingekommen sind. Und ich glaube, die haben sich darüber einfach kaum Gedanken gemacht. Weil seit wann gibt es Kaulquappen? Ein paar Monate? Ihr würdet mich absolut dreist anlügen, wenn ihr nicht schon mal versucht habt, einen Mob einfach rüber in den Nether zu ziehen. Ja, klar. Und das Ganze funktioniert auch. Wie zum Beispiel jetzt bei diesem Pferd. Es wird einfach rüber teleportiert, wie ein ganz normaler Spieler eben auch. Und das Ganze geht mit fast jedem Mob. Ja, leider nur mit fast jedem. Wir können das, wir können das mit Endermänner machen und, und, und. Außer mit Minecraft-Bossen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch wenn in Minecraft mehr die Rede von etwas anderem sind. Ein Elder Guardian zählt darunter nicht als Minecraft-Boss, da er einfach keine Bossbar oben besitzt. Und auch ein Warden nicht. Auch ein Warden zählt nicht unter die Kategorie Minecraft-Boss, obwohl er wahrscheinlich der stärkste Mob selber ist. Das macht es möglich, dass auch ein Warden rübergezogen werden kann, wie ihr eben gesehen habt, und dann einfach im Nether unterwegs ist. Aber klatscht der andere Mobs da? Mit inbegriffen sind daher nur Enderdrache und Wither. Das sind beides die einzigen Mobs, die wir nicht in andere Dimensionen mit dem Ender-Portal, Ender-Portal sei schon, Nether-Portal, schicken können. Ich wünsche mir immer noch mehr Minecraft-Bosse. Wirklich. Einfach nochmal so zwei, drei mehr. Ich habe mir das ja eigentlich vom Warden so ein bisschen erhofft, dass er eine Art Minecraft-Boss wird. Aber, ne. Einen Trident, also einen Dreizack mit Loyalty verzaubern. Dann wird er immer zu uns zurückkehren, wenn wir ihn wegschmeißen. Er kommt irgendwo auf und bewegt sich dann einfach auf direkten Wege wieder zurück zu uns. Da kommt er, zack, ich habe ihn wieder. Und das Ganze tut er selbst, wenn wir ein volles Inventar haben. Ach stimmt, dann schwebt er so um einen rum, ne. Wir machen hier alles zu. Ah, perfekt. Er kommt dann zurück zu uns. Dann wird er die ganze Zeit um uns herum schwingen. Aber macht er auch Damage? Und das die ganze Zeit. Egal, ob wir schwimmen gehen oder was anderes machen. Er wird einfach nicht von unserer Seite weichen. Erst wenn wir ein Item verlieren, erst dann bekommen wir ihn wieder zurück in unseren Inventar. Wenn wir einen Minecraft-Mob töten, sei es ein Schaf, bekommen wir EXP. Wir wissen das alles. Aber kleiner Voice-Crack. Ja, muss ich jetzt auch mal sagen. Ständig, wenn Palellos Stimme versagt, der sagt ja auch immer, Leute, hört euch an, bei Minute 2, 24, da Palellos wieder ein Voice-Crack. Und ich sitze halt hier, ah, Mann, ey, meine Stimme. Ein Schaf oder eine Kuh droppen um die 3 EXP. Ein Zombie droppen 5 EXP, genau wie ein Skelett. Und Sachen wie ein Elder Guardian, die droppen tatsächlich 10 EXP. Also jetzt nicht unglaublich viel mehr, dafür, dass es eigentlich so ein schwieriger Mob ist. Doch abgesehen von einem Minecraft-Boss, wie zum Beispiel den Enderdrachen, gibt es einen regulären Mob, der mit Abstand der erfahrungsbringste Mob ist überhaupt. Und zwar nämlich der Piglin-Brute. Er droppt nämlich 20 EXP, was ihn mit zu dem mit Abstand EXP-lastigsten Mob überhaupt macht. Man sieht das auch relativ gut eigentlich, wie viel er wirklich droppen reinkommt. Aber er hält auch viel aus. Eine extrem seltsame Sache ist tatsächlich, dass wenn wir zum Beispiel jetzt in ein Schneebiom gehen, zack, wir sind hier, wir das Ganze einfach mal zum Schneien bringen und wir jetzt anfangen, nämlich unglaublich hoch uns zu teleportieren. Wir können natürlich auch fliegen, aber es dauert ewig. Wir teleportieren uns jetzt auf die Höhe 10.000. Sind immer noch die Schneepartikel. Deutlich, deutlich, deutlich über den Wolken ist und trotzdem schneit es noch. Genauso wie es beim Regen jetzt auch wäre. Obwohl eigentlich die Wolken die Ursache für das Schneien oder... Ah, oha, plötzlich Professor. Ja, macht Sinn. Es hat in den Bergen geschneit, ne? Geil. ...für den Regen sind. Und je höher wir gehen, desto abgespackter wird das Ganze. Wenn wir jetzt 100.000 Blöcke noch umgehen, seht ihr schon, wie das hier rumleckt und sonst was. Und wenn wir noch höher gehen, so um die 1.000.000 Blöcke, dann seht ihr hier schon, wie alles komplett buggy ist. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich noch höher gehen können. Ja, jetzt haben wir hier nur noch Streifen. Und es würde wahrscheinlich Stunden über Stunden dauern, bis ich irgendwann hier den Boden wieder erreichen würde. Was mir gerade bei ihm auffällt, guck mal, wie klein seine Schrift... Habt ihr das auch so? Seine Schrift hier ist... Ist euch mal eine Sache aufgefallen? Wenn wir uns nämlich Drowns ganz, ganz sicher angucken und uns einfach mal den Rücken angucken, dann sehen wir, dass wir hier auf dem Rücken ein Heart of the Sea haben. Ihr wisst schon, dieses Item hier. Absolut interessant und erklärt vielleicht, warum die so besessen angreifen oder den See verteidigen. Also, ziemlich, ziemlich abgespaced. Ich mag Drowns eigentlich ziemlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die sehr cool. Also mit dem Shader sehen die voll geil aus. Wenn wir uns jetzt mal Villager rausnehmen. Ich habe fünf Stück nebeneinander platziert und wir müssen mal genau darauf achten. Ich werde jedem von ihnen einfach den genau selben Beruf geben und dann müsst ihr mal genau aufpassen. Ich werde jetzt nämlich jeden Villager immer ein wenig upgraden. Wir haben hier zum Beispiel einen grauen Kreis, der so Stein symbolisiert und hier haben wir so einen Eisen, so einen Eisenbarren. Wenn wir den jetzt auf zwei Stuben upgraden, das heißt einmal so, dann wird er jetzt so ein Eisen-Emblem bekommen und dann noch einmal upgraden, dann müsst ihr eigentlich, schauen wir einmal, Gold bekommen. Ah, krass. Also jetzt haben wir Stein, Eisen und Gold. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und gehen noch eine Stufe höher. Dann sehen wir, dass wir jetzt schon eine Emerald haben und auch da geht es natürlich noch höher. Denn wenn wir noch ein höher gehen, dann haben wir hier auch einen Diamanten. Das heißt also, wir haben diese fünf Stufen. Einmal Stein, Eisen, Gold, Emerald und Diamanten. Dass wir verschiedene Stufen haben, das wisst ihr ja. Aber bei jedem, bei jedem einzelnen Beruf, den wir auswählen, egal ob es jetzt zum Beispiel ein Batscher ist oder ein anderer Beruf, egal ob Fletcher oder sonst was. Überall kann man diese fünf Materialien auf deren Kleidung erkennen. Wusstet ihr das? Hinter den Minecraft-Kuchen ist eine sehr, sehr witzige Geschichte. Denn tatsächlich war der Minecraft-Kuchen nur ein Versprechen von Notch selber. 2010 gab es die Game Awards und da war Minecraft natürlich auch in vielseitigen Kategorien nominiert worden. Und es hat jemand auf Twitter geschrieben an Notch selber, dass wenn Minecraft-Kuchen findet, er bitte einen Kuchen hinzufügen soll. Und Notch hat sich darauf eingelassen. Was soll ich euch sagen? Minecraft hat gewonnen und auch drei bis vier weitere Kategorien. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir jetzt Minecraft-Kuchen haben. Also ich wusste, dass der Minecraft-Kuchen so eine ganz komische Story hat, weshalb der am Start ist. Der ist ja auch an sich, benutzt man auch das Herstellen und so. Aber es ist cool, dass es einen gibt. Viele von euch wissen gar nicht, dass man nämlich so mit Nautilus-Shells und Heart of the Sea einen Konduit machen kann. Und dass dieser tatsächlich extrem gut sein kann. Bauen wir diesen nämlich hier einfach mal auf in Form eines Kreuzes und bauen das Ganze hier einmal so hoch. Dann haben wir nämlich hier ein Konduit, welcher wirklich richtig geile Partikel macht und tatsächlich Konduit-Power gibt. Und das Ganze unbegrenzt. Um ehrlich zu sein, habe ich einfach so ewig gebraucht, um das Ganze herauszufinden, obwohl ich... Sorry, sorry, sorry. Ich habe scheinbar wieder bei Minecraft... Hat mich irgendjemand schlafen gelegt. Was ist das denn für ein Krasses? Was ist denn Konduit? Ich dachte, irgendwie habe ich den Namen mit dem End in Verbindung gebracht. Und aber... Das sieht ja mega geil aus. Ich habe mich googeln können, aber ich habe mich einfach nie damit beschäftigt. Ich meine, wie geil sieht das aus, oder? Ja, ja. Ein extrem cooles Geheimnis befindet sich auf den End-Crystals. Aber sieht das nur so cool aus wegen dem Shader? Wenn wir uns nämlich jetzt einfach einen Obsidian-Block und anschließend ein End-Crystal, dann bewegt er sich ja so. Und ihr seht auch verschiedene Symbole auf den Seiten des End-Crystals. Ja. Es ist ein Würfel, dementsprechend haben wir sechs Seiten und sechs verschiedene Symbole. Und es wurde sich die Mühe gemacht und tatsächlich sich die verschiedenen Symbole herausgesucht, um zu gucken, ob da irgendeine versteckte Nachricht ist. Und tatsächlich steht auf diesen sechs Seiten insgesamt Mojang drauf. Also, das entwickelt der Studio von Minecraft. Keine krasse Nachricht, aber trotzdem cool, dass sowas einfach als Easter Egg so hinzugefügt worden ist, oder? Ein Minecraft-Cleric ist nicht ganz sauber, glaube ich. Holen wir uns nämlich einen Braustand und einmal einen Villager. Und dieser nimmt dann auch das Ganze an. Dann sehen wir auf der Rückseite einfach ein Creeper-Kopf. Was hast du mit einem Creeper zu tun? Ah, irgendwas haut hier nicht ganz hin. Also, warum sollten die einen Creeper-Händen drauf haben? Irgendwie ist das ziemlich komisch und es gibt viele Spekulationen darüber. Vielleicht bist du ein Spion. Naja, wir werden das irgendwann ans Licht bringen. In den älteren Versionen von Minecraft konnte man eine richtig coole Sache machen, indem man sich einfach Eis geschnappt hat und das Ganze einfach in Survival kaputt gemacht hat. Dann kam einfach Wasser raus. Und wir hatten Wasser im Nether. Das Ganze funktioniert objektiv nicht. Stimmt, ja, das weiß ich noch. Aber es gibt eine Möglichkeit, das Ganze hinzukriegen, auch wenn das Ganze in Creative ist. Wir brauchen eine Kiste einfach nur, die wir jetzt hier hinstellen können und geben uns einen Debug-Stick. Haben wir diesen, können wir nämlich dann Was ist ein Debug-Stick? das Ganze waterloggen. Zack, waterlog true. Ah, so, true. Jetzt haben wir jetzt hier Wasser. Und wenn wir das Ganze wegmachen, jetzt haben wir Wasser im Nether. Yay! Dennoch können wir nichts daneben platzieren. Das heißt, wir müssten eigentlich Ich finde, das sieht immer so surreal aus. Weil ich habe wirklich noch nie, auch nie mit so einem Bug oder sonst was, Wasser im Nether platziert. Aber es ist Wasser im Nether. Also, why not? Wenn es in Minecraft regnet, fangen wir zu 20% schneller einen Minecraft-Fisch. Wir müssen eben nicht so lange warten, bis irgendwann einer anweist. 20% ist eigentlich schon ziemlich viel. Auch wenn das Ganze nicht heißt, dass wir unbedingt was Besseres fangen. Jedoch, was extrem interessant ist, wenn das Wasser bedeckt ist, durch irgendwie einen Baum, irgendetwas in der Höhle ist oder was auch immer und man entschließt sich in der Höhle zu angeln zum Beispiel, Hauptsache es sind irgendwelche Blöcke darüber, dann kann man tatsächlich Fische mit einer 40%igen Verlangsamung fangen. Es dauert einfach 40% länger, einen Fisch zu fangen. Ich meine, warum? Warum, Leute? Haben die Angst? Ich liebe Katzen einfach. Vielleicht kann das ja ein Angler erklären. Vielleicht, weil es Schatten, dunkel, oder? So sehr, Leute. Glaubt ihr gar nicht? Dementsprechend für mich extrem wichtig, so viele wie möglich zu sammeln. Und dafür gibt es eine ganz einfache Variante, welche zu bekommen. Denn Katzen gehen aggressiv auf Mini-Turtles ab. Und zwar richtig doll. In einem Umkreis von 20 Blöcken werden sie immer versuchen, diese eben auszulöschen, was echt gemein ist. Das Ganze machen sie nicht nur bei Turtles, also Mini-Schildkröten, sondern auch bei Babyhasen. Also die gehen wirklich nur auf die Babyhasen. Irgendwie ziemlich komisch, oder? Aber wie seid ihr denn geschützt? Naja, bei Babyhasen kann ich mir das noch eher vorstellen. Weißt du, so Babyhasen, da wäre meine Katze früher wahrscheinlich auch drangegangen. Die hat ja auch meine Wüstenrennmäuse gekillt. Ganz einfach. Machst einfach ein Loch, dann machst du hier eine Rail hin, zack, das oben drüber. Und am besten hier eine Ironbar drüber. Und dann sorgst du einfach dafür, dass eine Mini-Schildkröte da irgendwie reingeht. Jetzt erstmal was für die Leute, die wirklich gerne sparen in Minecraft. Mit sieben Stöckern können wir dreieinhalb Sachen schmelzen. Beziehungsweise mit einem Stock können wir eine halbe Sache schmelzen. Doch tatsächlich gibt es eine Möglichkeit mehr daraus zu machen. Nämlich, wenn wir einfach daraus eine Leiter machen, können wir tatsächlich nochmal unsere Schmelzkraft um über 30% erhöhen. Und das mit denselben Sticks. Also mit genau denselben Materialien. Bloß halt einmal gecraftet. Also lohnt es sich immer noch nicht. Also bleibt einfach bei Kohle. Aber es ist nice to know. Ja, dafür sind ja solche Fakten immer da. Letztlich ist es ja so ein bisschen so Minecraft. Kennt ihr noch damals so unnützes Wissen? Das ist super cool. ... können ja die unterschiedlichen Stimmungen haben. Egal, ob sie jetzt krank sind oder traurig oder was auch immer. Und bei Babypandas ist das ja genau dasselbe. Und wenn wir dann zum Beispiel einen Fakten haben, der ein wenig kränkelt, also der dann niesen muss oder oder oder, dann hat dieser tatsächlich bei dem Niesen eine 1 zu 7000 hohe Chance, einen Slimeball zu droppen. Also theoretisch könnte man eine Slimefarm daraus machen. Aber ob die jetzt sich so lohnen würde, vielleicht dann doch eher einfach in den Sumpfbiom gehen. Und wo wir gerade schon bei einem Sumpfbiom waren, wenn Mitternacht ist in Minecraft, also wirklich Mitternacht gibt es acht verschiedene Mondphasen. Und wenn wir Mitternacht haben, dann haben wir tatsächlich eine doppelt so hohe Chance, dass wir in einem Sumpfbiom Slimes antreffen. Das heißt, wenn ihr wirklich auf der Jagd seid nach Slime, und nicht unbedingt einen Slimefarm habt, dann geht am besten um Mitternacht raus und sucht euch einen Sumpf. Wenn wir uns mal einen Respawn Anchor angucken, den wir dann befüllen können mithilfe von Glowstone. Und egal, wie wir den auf... Sorry, was ist ein Respawn Anchor? ...laden oder sonst was, achtet mal auf die Partikel. Achtet mal wirklich genau auf die Partikel, die jetzt hier empor schießen. Fällt euch nichts zu ein? Okay, ich verdeutliche euch jetzt einfach mal. Es sind einfach dieselben Partikel, die ein Enderman von sich gibt. Es sind eins zu eins dieselben. Gibt es irgendwie eine Verbindung zwischen einfach dem Nether-Portal und dem End-Monstern? Ich bin... Das Ding ist sowieso, was ist denn jetzt ein Enderman? Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt. Woher kommt der? Wessen Eltern sind das? Verwirrt. Ich mein, warum sollte man trotzdem... Zum Beispiel, es gibt ja keine Kinder von denen, oder? ...sieke wirklich etwas sind, was so einfach zu designen sind. Warum nennt man genau dieselben? Das verstehe ich nicht. Naja. Ist ja auch egal. Wenn tote Büsche eigentlich immer so ausschlaggebend waren für ein Wüstenbiom, dann erklärt mir doch einfach mal, warum die mittlerweile auch in Sumpfbiomen zum Beispiel spawnen. Das ist mir vorher nie aufgefallen und macht meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn. Ich mein, tote Büsche gibt's natürlich überall, aber gerade in so einem nährstoffreichen Boden wie in einem Sumpfbiom finde ich das schon ziemlich komisch. Irgendwas... Ist hier wirklich Mr. Bioprofessor, oder was? ...will Minecraft uns sagen. Wenn wir uns mal eine Minecraft Mansion genau angucken, dann gibt es eine Sache, die ich absolut irgendwie nicht verstehe. Denn es sind Räume, wo einfach Allays in geschlossenen Zellen hocken. Sie leben hier einfach und sind einfach eingesperrt. Und das ist ja nicht nur in einer Minecraft Mansion so, sondern tatsächlich auch in Pillager Outposts, in diesen kleinen Käfigen. Und ich habe keine Ahnung warum. Was haben die Pillager mit den Allays vor? Ja, die, die, die müssen für die arbeiten, Alter. Sachen sammeln. Ja, ich glaube schon. Die müssen für die aggern. For free. Glaubt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das waren 50 Geheimnisse im Minecraft Flash. Danke fürs Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.